Zeig dein wahres Gesicht. Heute noch mal zu Gast, und da freue ich mich riesig drauf, Aaron Martin. Er ist Bewegungslehrer und Soft Acrobatic Coach. Wir haben in der ersten Folge schon viel darüber gehört, was Bewegung bedeutet, aber wir wollen noch viel mehr erfahren und tauchen deshalb heute noch tiefer ein. Herzlich willkommen zu Zeig dein wahres Gesicht. Oder soll ich sagen, zeig deine wahre Bewegung? Aaron, vielen Dank, dass du erneut zu uns gekommen bist, dass du noch mal dir Zeit nimmst, um uns zu helfen, unsere wahre Bewegung zu finden. Hat denn jeder eine wahre Bewegung? Das ist ein super spannendes Thema. Danke, Eric, dass ich hier sein darf. Eine wahre Bewegung gibt es auf jeden Fall, und ich glaube, wir erkennen die alle. Wenn jemand über die Straße läuft und der einfach alles an dem stimmt, wie er läuft, und es ist nicht irgendwie ein Model, der so einen Walk aufsetzt, sondern einfach jemand, der sich richtig wohl fühlt, vielleicht gerade einen super Tag gehabt hat, dann steckt da, glaube ich, ganz viel Wahrheit drin. Also ist diese Bewegung dann auch individuell, oder gibt es eine Bewegung, die uns allen Menschen gleich ist? Ich finde, dass so wie ich Menschen sehe, ist die Bewegung super individuell, aber sie hat eine Qualität, die wir alle erkennen. So ein bisschen wie das Leuchten von jemand in seinen Augen. Die Augen sind alle unterschiedlich, aber das Leuchten erkennen wir, wenn es da ist. Das ist heute sehr kräftig bei dir, denn du sprichst über dein Thema, und das macht dich so authentisch, und deshalb bist du auch heute hier. Mir ist es aufgefallen, dass ich natürlich beim Lesen von Menschen auch auf Bewegungen achte, und bin da auch geschult drin, aber vielleicht gar nicht so wie du. Ich lese Gesichter, du liest Bewegung, du liest die Bewegung von Menschen. Ich würde gerne so weit gehen und sagen, ich lese sie genauso erfolgreich, wie du Gesichter liest. Das ist vielleicht noch nicht der Fall. Aber ja, ich lese auf jeden Fall, in jedem, wie sich der Mensch bewegt, sehe ich ganz viel darin, wie wohl fühlt er sich in seinem Körper. Und das beeinflusst seinen Lerntyp ziemlich. Denn da gibt es einfach Leute, wo man sieht, die haben sehr einen Zugang zu sich. Das sind die, die in der Regel einfach was ausprobieren. Nicht immer unbedingt die, die schneller lernen. Denn das können auch die sein, die sich schneller überschätzen. Vor allem, wenn wir dann ein bisschen älter werden. Und es ist nicht eben, ich bin 10 Jahre alt und schlag ein Rad. Und es ist nicht, ich bin 20 geworden und bin eigentlich immer noch fit. Sondern irgendwann passiert es, dass unsere körperlichen Fähigkeiten abnehmen, wenn wir sie nicht trainieren. Und dann kann es schon dazu kommen, dass man sich überschätzt. Auch wenn man das Gefühl hat, man fühlt sich ziemlich wohl im Körper. Es gibt ja auch Menschen, die verabschieden sich sehr früh aus dem Leben, weil sie sich zu viel bewegt haben. Das ist eine spannende Frage. Meinst du, verabschieden sich im Leben buchstäblich? Ja. Boah. Für mich vom Gefühl, diese Qualität an Bewegung, wo ich einfach sehe, da lebt jemand sich selbst. Wenn der die nur in Performance steckt und nur daran steckt, andere zu bespaßen, dann kann es sein, dass man sehr schnell und sehr früh ausbrennt. Und das gilt auch für Schauspieler. Und es gibt dafür Beispiele. Da kann man sogar seine Lebensaufgabe leben, wie Robin Williams, der Komiker. Der hat seine Lebensaufgabe gelebt und Menschen bespaßt, aber tief in sich drin war er traurig. Man kann also das leben, wofür man da ist. Man kann es aber auch verlierend leben, wenn man es übertreibt. Vielleicht wie der Sportler, der jeden Tag wie bekloppt trainiert, obwohl er doch krank ist und sich vielleicht jetzt schonen soll. Ganz genau. Wir wissen alle, Sport ist gesundheitsfördernd. Aber es gibt den Punkt, wo Leistungssport auf einmal überhaupt nicht mehr zuträglich wird. Wo es Athleten gibt, die super wenig Körperfett haben. Und dann fängt es an mit den Gesundheitsproblemen. Aber auch einfach buchstäblich so Sachen wie der Tänzer, der immer irgendwie die Ferse hat, die ihm immer schmerzt. Da können wir auf jeden Fall zu weit gehen. Selbst wenn wir das Talent der Bewegung in uns tragen, da würde ich sagen, das ist aber was anderes, als seine ideale Bewegung zu leben. Denn die gibt es im Moment. Die ist für jeden zugänglich. Das ist so ein bisschen so, wenn ich das Gefühl habe, wenn ich jetzt so auf meinem Stuhl sitzen würde und mit dir reden würde, dann ist das für mich gerade nicht die authentische Bewegung. Ja, das wäre für dich nicht unbedingt passend. Und es gibt aber auch was, wenn ich merke, wenn ich energetisch vom Stuhl aufstehe, dann muss das keine aufregende Bewegung sein. Aber wenn ich in dem Moment mich wohlfühle, mir meines Körpers bewusst bin, meiner eigenen Fähigkeiten bewusst bin, dann ist es einfach abgestimmt. Man hat das Gefühl, man ist im Fluss. Das ist so ein bisschen wie, wenn man was fallen lässt. Und ohne darüber nachzudenken, greift man danach und hat es gefangen, fragt sich, wie macht man das? Und eigentlich ist man sich nicht in die Quere gekommen. Du hast vom Talent der Bewegung gesprochen, das wir alle in uns tragen. Jetzt nehme ich einfach mal die Vokabeln aus dem Gesicht lesen auf. Das Gesicht lesen geht sicherlich auch davon aus, dass wir alle Bewegung können. Das ist einfach in der Natur der Dinge. Das Gesicht lesen kennt das Talent des Körpers, so heißt das. Das mag mit Bewegung verbunden sein, wird aber doch getrennt gesehen. Das sagt so viel wie, ich kann athletisch sein, ich kann Sportler sein, ich bin Model, der Körper ist sehr wichtig in meinem Leben und dafür habe ich Talente. Ich könnte mir vorstellen, wenn man dieses Talent des Körpers hat, dann kann man natürlich Soft Acrobatics vielleicht viel mehr performen, tiefer eintauchen, mehr leisten, wenn man das möchte. Du hast dieses Talent. Jetzt kommt ein Kunde zu dir, der dieses Talent des Körpers nicht besitzt. Ich würde sogar sagen, die meisten Leute, die zu mir kommen, besitzen dieses Talent nicht. Denn die, die das Talent besitzen, sind in der Regel super, sich selbst Dinge beizubringen. Aber sie haben Bewegungsdrang. Genau. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir alle uns ein... Oder die Leute, die zu mir kommen, haben den Bewegungsdrang gespürt und wissen, dass sie ihn ausleben möchten. Die sehen aber auch, du, ich bin jetzt 35, ich habe zwei Kinder, ich möchte mich schon mehr bewegen. Irgendwie Fitnessstudio und so Liegestützen gibt mir nicht so viel. Wie fange ich denn jetzt damit gescheit an? Ich möchte eine gute Grundbasis haben. Und das sind immer, würde ich sagen, das sind die Menschen, mit denen mir Lernen sehr viel Spaß macht. Denn die, die schon das Bewegungstalent oder das Talent des Körpers in sich tragen, in der Regel kommen die nicht zu mir. Jetzt kommt jemand zu dir, der hat Arthrose, der hat vielleicht die Kniescheibe schon gewechselt bekommen, der sagt, ja, da kann ich jetzt nicht mehr zum Aaron kommen, denn ich brauche eigentlich eine Therapie, ich brauche einen Therapeuten. Ich finde es super, dass du das Thema ansprichst. Denn ein Gefühl ist, naja, Akrobatik ist für Leute, die super fit und super gesund sind. Und auch anspruchsvolle Bewegungen, das für die, aber ich muss gerade mit meinen Schmerzen erstmal klarkommen. Es gibt genügend Herangänge, wie wir Bewegungen nutzen können, um tatsächlich nicht nur ein Gefühl für unseren Schmerz zu bekommen, sondern auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wann genau wir nicht in Schmerzen sind und wie wir diese Grenze langsam überbrücken können. So gibt es zum Beispiel Bewegungen, das was ganz leicht ist, kann auch jeder zu Hause machen, wenn man sich mit dem Rücken an die Wand stellt, sich umdreht, eine Hand an die Wand bringt und dann mal versucht, sich so zu drehen. Wenn man einmal hier ist, bringt man die andere Wand nach oben, dreht sich aus und dann hat man sowas wie eine Hybrid-Rotation gemacht mit der Wand. Kann sich ein bisschen weiter davon entfernen, stellen näher, sodass man sich für seinen Körper recht macht. Und dann merkt man, das ist eine Bewegung, selbst wenn ich Schulterschmerzen habe oder selbst wenn mir der Rücken weh tut, schaffe ich es immer, die irgendwie so auszuführen, vielleicht nach 5, vielleicht nach 10 Wiederholungen, dass sie sich gut anfühlt. Denn solange wir ohne Schmerzen stehen können, das ist schon so. So eine gewisse Grenze gibt es auch für mich, wo ich sagen würde, wenn du immer Schmerzen hast, dann können wir wahrscheinlich nicht zusammenarbeiten. Aber wenn es etwas Spezifisches gibt, so irgendwie Rückenschmerzen da, die kennen wir ja auch vom Sitzen, von vielleicht nicht so viel Bewegung. Statt dass wir zu sagen, wir müssen auf jeden Fall den Rücken behandeln, können wir sagen, wie können wir denn mit unserem Körper in Kommunikation treten, dass wir wissen, wo der gerade ist, wie der sich wohlfühlt und dass wir dem zeigen können, hier war es gerade nicht so gut, wie könnte ich denn hier an die Bewegung langsam herangehen und einfach erspüren, dadurch, dass ich eine externe Bewegung habe, Bridge Rotation, wie kann ich diese externe Bewegung, die mal schmerzhaft war, auf einmal komplett schmerzfrei machen. Und dann können wir uns von da tatsächlich zu anspruchsvollen Bewegungen vorarbeiten, die auch uns einen guten Horizont geben. Es ist nicht so, der Rücken schmerzt, ich möchte, dass der Rücken nicht mehr schmerzt, das ist ein bisschen schwierig, das anzugehen, am besten nehme ich da eine Pille, weil dann weiß ich sozusagen, ist es damit getan, sondern es ist mehr ein, naja, wie würde ich mich fühlen, wenn ich was Schwierigeres machen würde, als einfach nur zu sitzen, was mir noch schmerzenbreit, aber wo ich mit der Zeit mich wohler fühle. Leider fällt mir der Name nicht mehr ein, aber ein Schüler von mir hat mir mal gesagt, das was du machst, Eric, ist, du sagst mir, wohin es im Leben gehen kann. Potenziale lesen. Wenn ich dir so zuhöre, denke ich, du bist der Mann, der mir sagen kann, wie ich auf diesem Weg unterwegs bin. Und das ist sehr gut aufgehoben bei dir, denn die großen Pupillen von dir verraten, du kannst dich sehr gut in Menschen einfühlen und hast ein sehr gutes, intuitives Gespür dafür, während ich mit meinen kleinen Pupillen ständig auf Analyse aus bin und auf Zielfindung und all diese Dinge. Das kombiniert sich ganz gut. Ich muss mir noch überlegen, ob wir das mal nicht irgendwann zusammenbauen, aber das muss ja nicht jeder mitkriegen. Ja, du hast auch das Glaubenssystem des Gebenen. Deswegen freue ich mich, dass du dir diesen Weg vorgenommen hast, Menschen zu schulen, zu lehren, zu unterstützen, in ihre Größe zu geben, ihnen wieder mehr Lebensqualität zu geben. Wo gab es denn da diesen springenden Punkt, dass das passiert ist, ich darf vielleicht verraten, dass du in meinem neuen Buch, ich lese deine Lebensaufgabe, dass du in meinem neuen Buch mit ein paar Seiten enthalten bist, wo ich ein bisschen was von dir beschreibe, nämlich eines unserer letzten Treffen, das gar nicht in Hongkong stattfand, sondern in Hildesheim. Ja, es muss nicht immer so ein großer Name tragen. Wo gab es diesen Punkt bei dir, der dich ein bisschen weggeführt hat vom, ach Gott, was ist mit mir los, wer bin ich, was tue ich, hin zu, ich will was für andere tun. Ja. Es gab zwei verschiedene Stellen, an denen ich bei mir gemerkt habe, da passiert was. Zum einen war es so, dass ich vom Performance und vom Modeling und von vor den Kameras stehen, gemerkt habe, da fehlt mir was. Und da habe ich schon angefangen zu suchen. Den zweiten Punkt gab es bei mir, als ich gemerkt habe, dass wenn ich mit einem Schüler arbeite, einem jungen Schüler, einem zehnjährigen Jungen, und da merke ich diesen zu mir gekommen und ich habe eigentlich keine Kinder unterrichtet. Ich habe gesagt, meine Spezialität ist, ich schaue, wie Erwachsene sich bewegen. Damit kenne ich mich aus. Und die Mutter hat gesagt, können wir es nicht vielleicht doch probieren? Ich habe die erste Stunde gemacht, in Hongkong damals noch. Und ich habe gemerkt, dass die Bewegung ihm so viel gibt, dass ich hoffe, und das, was ich sehe, inzwischen ist es zwei Jahre her, er ist zwölf Jahre alt, und ich hoffe, dass ihm, und das sehe ich in ihm, dass die Bewegung, was er in ihm auslöst, was er für sein ganzes Leben mit sich tragen können wird. Und diese Momente, die ich mit ihm verbracht habe, inzwischen lebt er in den USA, ich bin wieder in Deutschland, wir machen Online-Coaching, und ich merke, es gibt da etwas, was ich weiter heraustragen möchte, oder was ich selbst für mich als, es passt mehr zu mir. Es gibt da etwas, was ich nicht hinterfragen muss. Da möchte ich mit der nächsten Generation von Kindern arbeiten. Aber die Frage ist, wenn sich alles weiter so entwickelt, und die sozialen Medien sind eh schon da, Technologie wird sich weiterentwickeln, Virtual Reality ist nicht nur im Kommen, sondern es ist schon da, und es wird einfach nur noch größer, gibt es, glaube ich, ein Camp an Pessimisten, die sagen, die Kinder, die jetzt gerade in ihrer Pubertät sind, oder noch jünger, die verbringen nur Zeit am Zocken, die sind doch, wie sollen die überhaupt im Leben leben? Die sind nur noch im Screen. Und ein Gedanke, den ich hatte, ist, mit der Technologie, die es im Moment gibt, gibt es die Möglichkeit, dass wir uns in virtuellen Realitäten tatsächlich dreidimensional mit unserem Körper bewegen. Kinder haben unglaubliches Gefallen daran, sich zu messen aneinander. Das machen die ja in Videospielen ständig. Aber jetzt muss das Messen nicht mal mit den Daumen oder den Fingern stattfinden, sondern es kann mit dem ganzen Körper stattfinden, in der Umgebung, in der sie eh viel Zeit verbringen. Und da merke ich, das ist mein Anspruch an mich selbst. Das Videospiel, was ich sehe, was ich vor Augen habe, was ich anfange zu programmieren, sehr langsam, mit sehr kleinen Schritten, und ich bin kein Programmierer, aber ich möchte mich genug reinarbeiten, und dass ich das Gefühl habe, ich kann dazu was beitragen. Dieses Videospiel ist eins, wo das Kind sich einfach nur im Lernen, im Wettkampf, im Messen verliert und als Nebenprodukt ein guter Beweger wird, ein guter Mover wird. Ein Kind, was sich mit seinem Körper auskennt und wohlfühlt. Was du da beschreibst, diesen Moment der Findung, ist sehr interessant, denn du hast gemerkt, dass du Anerkennung suchst, aber nicht, du wolltest nicht anerkannt werden für das, was du darstellst, oder was du kannst, sondern du willst anerkannt werden für das, was du anderen geben kannst. Übrigens ein ganz wichtiger Hinweis, den ich dir auch heute wieder mitgeben möchte, du darfst anerkannt werden dafür. Du musst dich dazu nicht überschlagen und dreimal in eine Richtung drehen, sondern du gibst unheimlich viel diesen Menschen, und das darf auch Anerkennung, Wertschätzung erfahren. Deshalb lass das honorieren, denn es heißt nicht umsonst Honorar, nimm also niemals das Wort Gebühr oder solche Dinge. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das ist ein super Tipp. Ja, wir sehen an der sogenannten U-Falte hier um deinen Mund herum, dass du jemand bist, der sich sehr gerne kümmert, der da ist für andere, der sehr viel Bereitschaft zeigt, aber sich dabei manchmal selbst vergisst. Und das wäre mir unheimlich wichtig, dass das bei dir bleibt, weil wir haben ja im Gespräch schon festgestellt, man kann die eigene Lebensaufgabe auch verlierend leben. Und dazu auch jetzt zu deinen Kunden, da wird es sicherlich auch welche geben, die kommen vielleicht etwas übermotiviert oder überschätzend zu dir. Gibt es auch Menschen, die sich unterschätzen? Und wie teilen sich diese Gruppen auf? Wer kommt dazu? Gibt es auch jemanden, der ganz genau weiß, was er von sich abverlangen kann? Wie sind diese Gruppen verteilt? Ja, in der Regel, wenn jemand zu mir kommt, dann sieht man schon, an der am ersten Hände schütteln, wenn durch die Tür reinkommen, neigt die Person eher dazu, sich zu unterschätzen, ist eher im Englischen timid mit ihren Gesten, seinen Gesten, neigt eher dazu, kleinere Bewegungen zu machen, sich selbst ein bisschen kleiner zu machen. Oder ist die Person, macht eigentlich zu große Gesten für ihren Körper, die aber ein bisschen schlagsig sind, nicht so ganz übereinstimmen. Und dann gibt es natürlich immer mal die Personen, die in der Regel waren die Sportler schon früher als Kind, wo es einfach übereinstimmt. Kurze Unterbrechung, bitte mach gleich weiter. Beim Gehen merkt man das sehr gut, wenn die Füße parallel laufen, ist das ein von der Natur so vorgesehenes Gehen. Wenn die Füße nach ineinander greifen, zum Beispiel auch bei Kniescheiben, die sich eben berühren beim Laufen, dann ist das ein eher verkniffenes, ein sich einschränkendes. Und wir haben eine innere Abneigung gegen Menschen, die nach außen laufen, weil die sehr viel Raum einnehmen. Wir tolerieren das, wenn jemand Übergewicht hat, dadurch hat er Gleichgewicht. Dann nehmen wir das nicht als negativ wahr. Wenn das aber so ein Hungerhaken ist wie ich, dann würde man sagen, Moment mal, warum braucht denn der so viel Raum? Das sind dann die Überschätzenden, oder? Ja, das stimmt. Das würde für mich passen auch. Die Erinnerung von mir, die ich kenne als Kind, so als Zehnjähriger oder so, da habe ich gesehen, die Leute, die ich im Fernsehen sehe, die laufen ganz oft mit ihren Füßen nach außen gedreht. Dann habe ich gefragt, hä, aber meine Füße laufen gerade. Sollte ich mehr die Füße nach außen drehen? Und mit der Zeit habe ich gelernt, Füße parallel ist gar nicht so schlecht. Das ist ein ziemlich neutraler Stand. Das heißt, wir können uns dynamisch in verschiedene Richtungen bewegen. Wir überschätzen uns nicht. Wir haben nicht einen zu breiten Stand. Wir unterschätzen uns nicht. Wir machen uns nicht instabiler, als wir sein müssen. Ja, schön, dass du das heißt. Das ist interessant. Ich fand es auch interessant, als ich dich um deine ehrliche Meinung gefragt habe und gesagt habe, sag mal, jetzt komme ich zu dir und will da mal loslegen mit Soft Acrobatic. In welche Gruppe oder wo würdest du mich denn da einsortieren? Wie würde ich da rangehen? Also mein Gefühl ist, ah, dankeschön. Mein Gefühl ist, du kennst dich schon ziemlich gut an vielen Stellen und du bist jemand, der in seinem Körper erfahren ist, zu gewissen Teilen. Das heißt, wenn ich dir eine Aufgabe gebe, dann weiß ich, wirst du auf jeden Fall dein Bestes tun, die Aufgabe wahrzunehmen und wahrscheinlich wirst du sie nicht schlecht ausführen, denn du bist niemand, der komplett schlachsig ist. Du überschätzt dich nicht total, aber es könnte sein, dass du die Wiederholungen, die ich dir gebe, dreimal so viel machst, weil du es jetzt sofort haben willst. Und dann wäre meine Einschätzung, das könnte wahrscheinlich ein zehnjähriger Eric noch durchhalten, dann wäre er vollkommen platt, würde aber auch sehr schnell lernen. Aber der Eric, der jetzt vor mir sitzt, mit dem würde ich mir wahrscheinlich mehr Zeit nehmen und sagen, du Eric, die 20 Wiederholungen, die wir gemacht haben, das war super, der Fortschrittding, du machst es perfekt, jetzt widmen wir uns was anderem, machen ein bisschen was Entspannteres. Diese Erkenntnis, der ich komplett zustimmen muss, ich kann es dann auch nochmal genauer erklären, wo hast du die entnommen? Aus unserem Gespräch heraus oder an meiner Bewegung? Ich würde sagen, bei mir ist es schon immer, alles spielt eine Rolle. Wenn ich dich zum ersten Mal gesehen hätte, wäre mir das wahrscheinlich nicht so bewusst, wie dadurch, dass ich dich schon ein bisschen besser kenne. Gleichzeitig sieht man das aber, wenn ich es auf Bewegung übertragen müsste, dann können wir sehen, jemand, der sich so hinsetzt, der ist einfach sich ziemlich sicher. Gleichzeitig gibt es eine gewisse Art von dein, deine Haltung kommt nicht davon, dass du sehr athletisch bist, denn so viel trainierst du im Moment nicht, außer, ich würde mich vollkommen verschätzen. Aber du hast trotzdem die Haltung von jemandem, der sehr fähig ist. Und dann würde ich sagen, wenn es da ein bisschen Mismatch gibt, dein Körper, dein eigentlicher Körper, wie du aufgebaut bist, der stimmt nicht ganz mit der Haltung überein, dann würde ich ein bisschen aufhorchen und sagen, wahrscheinlich würde es sogar sehr viel Sinn machen und Spaß machen, wenn wir dich in deiner Körperhaltung noch ein bisschen aufbauen, tatsächlich mehr Kraft, bewusstes Krafttraining machen und auf einmal könntest du einen Eric geben, der wieder sehr in Alignment ist. Interessant. Es kommt noch etwas hinzu, was dir vielleicht nicht so bewusst ist, auch du bist Gesichtleser. Alle lesen Gesichter und das, was du beschreibst, könnte man in einem Gesicht ablesen, an zum Beispiel dieser Falte, die ich hier zwischen den Augen habe. Das sind Menschen, die extrem zielstrebig sind und die auch über Grenzen gehen, leider auch über die Grenzen des Ertragbaren oder des Körpers, der dann darunter leitet. Als kleines Kind, kann ich mich erinnern, hat mein Vater irgendwann eine Tischtennisplatte aufgestellt. Ich war damals, denke ich, muss mal ganz kurz, zehn Jahre alt. Mein Bruder, 14 und mein Bruder war geübt im Tischtennisspielen, weil an der Schule dort gab es eine Tischtennisplatte. Ich habe das Ding noch nie vorher gesehen. Wir haben diese Tischtennisplatte aufgestellt. Mein Vater war bei der Arbeit. Am ersten Tag, als diese Tischtennisplatte aufgestellt wurde, wollte ich so lange Tischtennis spielen, bis ich endlich mal gegen meinen Bruder gewinne. Das war übrigens dann nach mehreren Stunden, ich glaube, wir haben 27 Spiele gemacht und das letzte Spiel, das 27. habe ich gewonnen, aber nicht, weil ich inzwischen viel besser gewonnen bin, sondern weil der Bruder erschöpft war. Das war die Kunst. Das ist die Strategie. Und da spiegelt sich das wieder, was du sagst und dann auch die Erkenntnisse, die sich daraus ergeben. Deshalb finde ich gut, dass du mit deinen Kunden das sehr individuell machst und dass du darauf eingehst, wie die ticken, denn du brauchst möglicherweise bei jedem eben nicht nur eine Methodik, sondern auch einen anderen Ansatz. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich merke, Körper sind so unterschiedlich, wie Menschen es sind, in ihrer Persönlichkeit vielleicht, aber auch insgesamt. Und es gibt immer mal so Konzepte, wo man hört, alle Menschen müssen sich so aufrechtsetzen. Ja, natürlich. Also das ist der perfekte Sitz. Ja, klar. Und das leider, aus meiner Erfahrung mit Akrobatik, ist das kein Herangang, der funktioniert. Denn ich arbeite immer mit der Person oder umgekehrt zu sagen, es ist nicht so, dass die Person einfach sich einen Archetypen anschaut. Zum Beispiel ist ein Archetyp in der Akrobatik ein Rad schlagen. Wir wissen alle, wie ein gutes Rad aussieht. So wie man es sich halt vorstellt. Gar nicht so kompliziert irgendwie. Alle Viere von sich gestreckt, viel Spannung, sieht leicht aus. Und da gibt es schon was, wo wir uns drauf hinbewegen können. Aber wie die Person da hinbekommt, ob es jemand ist, der super flexibel ist, ob es jemand ist, der schon dreimal die Woche Räder schlägt, ob es jemand ist, der noch nie ein Rad geschlagen hat. Das ist so persönlich und spezifisch. Was für ein Lerntyp sind die? Sind die eher ängstlich, wenn die zum ersten Mal ihre Hand aus dem Stand zum Boden führen? Dann fangen wir gleich am Boden an. Aber ist das jemand, der sich gut kennt, der sich gut einschätzen kann, wenn wir mit dem ganz eng am Boden anfangen und kleine Bewegungen machen, langweilt der sich. Deswegen ist mir das auch wichtig, wahrscheinlich auch wie dir, zu wissen, es gibt diesen persönlichen Moment zwischen, wenn zwei Menschen sich begegnen und einander sehen. Und ohne den Moment gibt es einfach bestimmte Sachen, die nicht stattfinden können. Wer sich viel bewegt, der wird sich mit Sicherheit auch anders ernähren. Jeder nach seinem Typus. Mir ist aufgefallen, dass Menschen, die sich viel bewegen, sich eher selten schlecht ernähren. Ganz ausschließend kann man es nicht. Hat sich bei dir etwas verändert in Sachen Ernährung durch das stärker hineingehen in das Thema Bewegung? Ernährung ist für mich immer noch ein schwieriges Thema. Es ist nicht etwas, wo ich das super gut verstehe. Aber es ist für mich schwierig insofern, dass jetzt muss ich kurz einen Moment nachdenken, wie ich das weiterformuliere. Ich werde immer bewusster in dem, wie ich mich ernähre, in dem, wie ich meine Zeit verbringe, in dem, wie ich coache, wie ich mein Leben gestalte. Und das, glaube ich, hat auch mit Altern zu tun. Ich wünsche mir sehr, Vater zu werden, bin es noch nicht. Und ich weiß, dass ich mich darauf vorbereite. Können wir hier einen allgemeinen Aufruf machen. Ich denke nicht, dass wir da keine Zuschriften kriegen. Und da merke ich, ich möchte eben der Vater sein, der mit 50 noch super da ist und präsent ist. Und wenn ich jetzt sage, ich esse was auch immer, dann wird es nicht so gut klappen. Und gleichzeitig merke ich aber auch, es gibt da diese persönliche, wirklich individuelle Sache, wo ich noch nicht 100% meinen Plan gefunden habe. Aber ja, ich habe auch das Gefühl, mit der Zeit einfach dieses Bewusstsein, ich möchte mich gut bewegen, ich möchte einen Beruf machen, den ich gut kann und in dem ich ehrlich Geld verdiene. Und ich möchte mich gut ernähren. Ich möchte eine gute Familie und Beziehungen führen. Das sind so Sachen, die werde ich niemals ausschließen. Also gibt es da auch noch Entwicklungsfelder? Auf jeden Fall, ja. Das ist schön, weil das macht das Leben noch umso begeisternder und neugieriger. Gibt es denn beim Thema Bewegung noch für dich unbekanntes Tarra? Für mich als Gesichtleser, es gibt so viele Techniken, die ich eigentlich noch entdecken wollte und von denen ich weiß, ich habe einige gelernt, aber es gibt zahllose. Aber das ist immer mit sehr viel Zeit auch wann verbunden und sich damit gewissermaßen auch ein Abmelden aus der Welt, in der man drin ist. Da ist man ein bisschen hin und her gerissen. Das stimmt. Ich persönlich löse es für mich so, dass ich weiß, eigentlich möchte ich die Grundstöcke an Bewegungen lernen, sodass viele andere Bewegungen leichter werden. Ja. Und an Grundstöcken gibt es nicht so viele. Natürlich ist es so etwas wie, wenn ich noch ein Surfboard unter mir habe, aber selbst da ist es Stand und es ist Balance, es ist ein Körpergefühl. Es gibt so Grundhaltungen wie, ich stehe nicht so auf einem Board. Da habe ich viel weniger Gleichgewicht, das ist viel schwieriger zu handeln und es gibt bestimmte Grundhaltungen, die ich mir aneigne. Darüber hinaus, mit Bewegungen würde ich sogar sagen, ich schaue mir so viel online an, so viel an Bewegungen, Leute, die sich einfach bewegen, egal in welchen Feldern, ob das irgendwie Kampfsport ist oder ob das einfach jemand ist, der präsentiert, wo ich das Gefühl habe, hä, warum präsentiert, warum bewegt er sich so gut? Selbst wenn er nur einen Vortrag hält. Irgendwas stimmt daran einfach. Und ich versuche immer zu schauen, wie die Leute, die sich gut bewegen, die sich für mich gut anfühlen, was haben die gemeinsam? Deswegen würde ich sagen, ich habe das Gefühl, ich kann nicht alles erreichen in meinem Leben. So, olympischer Athlet werde ich nicht mehr. Da verliere ich nicht so viel dran gefühlt. Und es gibt immer wieder Richtungen, wo ich das Gefühl habe, das ist jetzt für mich noch nicht Zeit, aber mit der Zeit, wenn ich älter werde und wir wissen einfach sowas wie, man kann sehr viel für seine Gesundheit tun, aber mit der Zeit, je älter man wird, irgendwann geht es bergab. Dann ist mein Gefühl für Bewegung, das, was ich noch spannend finde, wird es immer feinfühliger. Im Moment habe ich nicht die Muße, viel Gitarre zu spielen, obwohl ich es liebe. Und da würde ich sagen, ach, wenn die Zeit richtig ist, dann kann ich genau die Qualität in der Bewegung im Gitarrespielen finden. Wenn die Zeit richtig ist, du prüfst noch, wann die richtige Zeit ist. Das ist schön. Super gewesen. Wer sich bewegt, der bewegt etwas. Und ich glaube, da haben einige der Fernsehzuschauer heute einiges mitgenommen. Ich auch. Ich weiß jetzt auch, warum ich so manchmal meinen Körper in die Mangel nehme. Da habe ich einiges mitgenommen. Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Vielleicht gibst du den Zuschauern da noch einen kleinen Tipp, wenn man von dir profitieren möchte, von dir lernen möchte und näher mit dem Thema Bewegung sich auseinandersetzen möchte. Ihr findet mich unter at softacroerin. Sowohl auf Instagram, als auch auf YouTube, als auch, wenn ihr softacrobatics eingebt. Irgendwann solltet ihr mich finden. Ansonsten über alle Kontaktmöglichkeiten, wie ihr mich erreichen könnt. Ich bin tatsächlich da. Ich mache alles selbst in meinen Channels. Wenn du mir anschreibst und sagst, du, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, werde ich immer eine Antwort geben. Die kann dann nicht so ausführlich sein, wie wenn du sagst, ich möchte von dir lernen. Und das ist natürlich die Begegnung, wo ich weiß, wir können viel erreichen zusammen. Das ist das, dem ich mein Leben verschrieben habe. Ich möchte Menschen mit Bewegung helfen und ich danke dir sehr für die Möglichkeit, Eric. Der Aron Martin ist für uns gut. Nicht gerade in Hongkong und Singapur tätig, sondern in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich, in Mitteleuropa. Und von daher ist er greifbar für uns und wir können die Bewegung mit ihm zusammen ausführen. Zeig deine wahre Bewegung. Zum Beispiel mit Hilfe von Aron Martin. Zeig dein wahres Gesicht. Es war schön, dass du heute zugeschaut hast. Und ich freue mich, dich wiederzusehen. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich sehe dich.